ja hallo herzlich willkommen zu meine kraft wie ihr seht erst mal wieder ein normaler texturpaket ja schön wöffentlich alles bücken ja grund dafür ist dass mein computer ich habe mir eine schnellere festplatte gegönnt aber es hat ja nicht so ganz funktioniert und ich musste alles jetzt neu aufspielen das ist ärgerlich aber nützt ja nix so also so sieht es jetzt aus wie der schönen original pixelwelt wo sind meine arbeitsfunde hin aber hundis wo sind die jetzt alle hin nach da sind alle von uns vor die türen so So, seitdem wir nicht, ja. Oh, da haben sie überhaupt einer das was zu lassen. So, da haben wir nicht. Ah, was geht hier auf? Oh, natürlich. Nichts besser auszutun, als die Schwöben. Da ist die Wander-Kraner. Da, was betrunken haben wir? Das glaube ich gut. Alles gut so weit? Uh, du warst so weit. Okay, lass uns mal das Flachgericht. Oh, ich steine. Mal kurz aufmachen. Guck mal, klappt alles. Oh, viele Creeper unterwegs ist hier. Ab vorher machen wir uns mal den Spinner ran. So. So. So, wunderbar. Schlappt sehr gut. Dankeschön. Klapp gemacht. Viel zerkliftet hier. Hier los. So, dann machen wir hier erstmal den Turm hier mal weg. Einfach, weil wir es können. Uh. Ach ja, ich habe jetzt automatische Kletter noch an. Ach du Scheiß. Was ausgemacht hat. Äh, wo ist denn das? Die Steuerung. Warte mal springen. Ist sehr nervig. So. So. Das war's. Mal sehen. Die Tage werde ich mal wieder Trickstur vergetroffen. Und wir das selber, was wir schon jetzt hatten. Und dann müssen wir sehen, was ich suche. Huch. Huch. Was ist denn der Engel hin? Ich habe hier eine Fackel hinhauen gehabt. Echt? Das soll ich tun. Das soll ich jetzt machen. Ich habe jetzt... Ich habe meinen Rechner auch richtig schön hoch. Er hat von, äh... Wir haben ungefähr 30 Sekunden. So haben wir auch gefahren gehabt. Das muss ich jetzt sagen. Dann kann ich auch wieder mal anspielen. Ich will jetzt nicht abschlehen großartig. Aus. Ähm, ja. Mich dran austoben. So. Achja. Ihr seid ja grundsätzlich bei mir werbefrei, weil, ähm, Monetisierung, äh, nicht mehr möglich ist bei mir. Aber wie es bei vielen anderen auch nicht mehr möglich sein wird. Hier ist ein Tunnel. Okay. Geht mal nicht da rein, Wuffis. Nicht... Nicht da rein. Habe ich gesagt. Raus. Nein. Geht er da rein. Ist das... Warum geht er jetzt da rein? Du nicht. Warum geht diese Misthöhle da jetzt rein? Wo ist er jetzt hin? Ich will beglauben, jetzt kommen sie alle rein jetzt. Auaah. Wer hat diese scheiß Höhle gebaut? Verdammte Scheiße. Huch da nicht lang. Geht mal raus wieder. Ach du Scheiße. Geht jetzt auch noch runter. Na super. Guck mal wieder hoch. Ist ein Job für euch. Was steht da hinten? Da hat er so ein Trüper gedeckt. Ich muss ihn mal gleich pullen. Ähm, das wird sich noch einige Monate hinziehen und hier mit dem Stein klopfen, weil das wird nicht besonders spannend werden. Was haben wir denn für Themen? Ich meine, ihr habt hier keine Vorschläge geschrieben, was das ging. Ich habe kommentiert. Da hat jemand die ganze Vögel kommentiert und geschrieben, dass das Spiel echt kacke ist. Ähm, als ich das damals gespielt habe, fand ich das gar nicht so kacke. Ähm, da war ich auch vieles jünger. Ich weiß nicht, da war ich, ich weiß nicht, 17? 16, 17 war ich da. Vielleicht war 18. Was denn? Ne, hab ich das gespielt? Ja, doch. Meilere habe ich das schon gespielt. Also muss ich schon 18 gewesen sein, ja. So. Ja. Den ganzen Vögel. Ähm, ja. Ähm, er fand das Spiel natürlich nicht so gut. Natürlich wäre er falsch gesagt, er fand das Spiel nicht so gut und ich muss ihm jetzt recht... Jetzt spricht das überhaupt nicht mehr an meinen Neigungen. Das Spiel ist wirklich nicht besonders linear und er hat doch echt Probleme, sich da zurechtzufinden. Aber ich bin ein bisschen müde. Ich habe so einige Stunden schon hier vorgesessen. Ich weiß nicht, ich habe noch mal ein Videoprogramm aufgespielt. Ich habe ein Update, äh, zugekauft. Ein weiteres, ja, Support und so. Ähm, pff. Ich benutze, äh, Magix zum Schneiden von Videos. Aber, hallo Spinner. Gerne. Warte mal. Und tot. Dankeschön. Habt ihr fein gemacht. Feine Wufis. Und früher, den kann ich sowieso nichts anfangen. Machen wir es noch einmal. Nee, die Crewper lassen wir Ruhe. Wollen wir es nicht haben. Hat er mich gesehen? Allerdings muss er aufpassen. Er hat mich schon gesehen. Er hat mich schon gesehen. Er hat mich schon gesehen. Komm mal zu mir hier. Ja, hier hopp. Oh, scheiße. Da sind wir ein paar Hunde draufgegangen. Wahrscheinlich alle? Nee? Komm mal einigen. Hunde, jetzt gleich mal reparieren. Hunde, jetzt gleich mal reparieren. So, alles klar. Da müssen wir mal die Reste wieder einsammeln hier. Und die Hunde nichts reparieren. Hm. Reparieren. Persönliches, ne? Feine Wufis. gute arbeit geleistet und dann ist ein jetzt ja nicht so weit weg und so weiter jetzt hat sich auch noch versteckt jetzt kann ich ja das loch da hinten zu machen das hat die alle jahren mir nachgelaufen auf jeden fall ich laufe nicht wieder nach so und der kann auch wieder aufstehen so alles klar ist er wieder da gott doofen spinnen hat mich noch nicht gesehen hier kommt zu mir kommt zu mir okay schön schwer verletzt ja auch ein bisschen alles klar wieder fett alle gut dass ich gerade. Aber wir klopfen weiter, Steine. Jetzt ist ja alldecks. Wir müssen hier mal weiterkommen. Und wir wollen hier noch bis Ende des Jahres hier fertig werden. Wir haben jetzt Februar. Da haben wir ein bisschen Zeit. Da geht noch was. Uh. Oh, Entschuldigung. So. Aber was haben wir denn noch? Wurde sehen. Noch wahrscheinlich was von Spaß kommentieren, der einfach nur, ähm, ja, einfach eins schlecht bewertet hat und, ähm, beleidigt. Ich weiß nicht, was. Vielleicht an einer gewissen Weise recht gehabt, aber, ähm, sinnfreie Kommentare möchte ich da einfach. So. Ne? Wenn alle mal nicht zufrieden ist und nein, alles neu ist. Ähm, das ist okay, wenn man, ähm, das schreibt. Okay, und, ähm, dabei ist das gut, bleiblich, ja. Huch, wollte kein Video heute. Oh, 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 oh. So haben wir so angeschlagen aus. Der ist angeschlagen, noch nie mal angeschlagen. Nein, der ist doch angeschlagen. Der macht gleich ein Video, wo viel, natürlich. Na gut. Ich hab was für Fleisch. Ich muss mal welches wollen. Nimm mal die Hunde zurück. Aber wir enden auch jetzt die Aufnahme. Es war jetzt eben nur eine kleine Probeaufnahme. Und erst mal sowieso eine Folge fertig machen für nächste Woche. Ähm, wenn ihr das hier mitbekommen, richtig mitbekommen habt, oh, hier rufe ich jemand. Was wollte ich so sagen jetzt? Alle durchgekommen? Alle durch, okay. Ich glaub, alle da, ne? Alle da, okay, alles klar. Ich muss mich einfach liegen lassen. Hä, was? Der Hund. Sind ganz Zombies hier noch rein. So, okay. Hunde, setz euch mal hier hin. Setzt die alle? Ja, setzt die alle. Wunderbar, da mal schön. Ich sehe auch noch ein kleiner Hundi. Okay. Alles klar. Wo steigen können wir noch ein bisschen zurecht schmurkeln. Da ist viel von ihnen auch klar. Aber noch Koppelfleisch. Koppelfleisch, Koppelfleisch, Koppelfleisch. Aber noch mal Koppelfleisch. Aber auch nicht mehr viel. Seid gesund, alle. Ich weiß nicht, dass ich so viele Hunde habe. Schaut hier aus. Alle okay? Alle fit? Seid fit aus. Nein, ich soll es nicht vergessen. Okay. Sehr schön. Neu, ich wieder hinsetzen. alles gut kommt mal mit zu ihm hin hier als rezeptor gut und da oben sitzt die ganze oder die unterschieden hier so ein bisschen jetzt ist es auch alle wieder aus der kleine hier wunderbar das ist eine kurze aufnahme kurz anderes paar kommentare also die meisten kommentieren bis jetzt eher sachlich und positiv eigentlich ich weiß natürlich um meine schwächen ich versuche die auch so weitgehend zu unterdrücken aber daran dass es besser wird zum beispiel meine aussprache ist manchmal sehr undeutlich habe ich gerade auch erst gesehen bei meinen letzten sims video glücklicherweise auch gut geklappt die portierung von sims das konnte ich noch von ipos player obwohl sie nicht mehr gebootet hat aber die daten von den spieler die waren noch erhalten das war alles gut das windows komplett neu und fröhlich so das war es dann und ich verabschiede mich mal an dieser stelle wieder dann klopfen wir nächste brüche da hin und hoffentlich habe ich dann ein thema am start oder wir gehen eben halt mal was erfolgt keine ahnung ich habe noch keinen plan meine kraft ist so ein bisschen gerade sekundär geworden im moment ist es ja hier gerade sims ich bin hier gerade so ein bisschen bei und ähm ich weiß auch nicht so genau was ich dann nass mache weil irgendwann ist natürlich bei sims auch die luft raus und muss ein bisschen pause machen mal schauen mal schauen zumal ich auch keine große story erzählen kann ich bin jetzt im schiffen und ein bisschen von charaktere oder geschichten von den kipps ähm ja will ich eigentlich nicht so erzählen so gut ähm die von net ähm die von net ähm die von net ähm ähm ich würde ja das recht sagen irgendwie so bewegt ähm ja ähm 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 Ich bin total verrückt. Ich habe schon den Überblick. Deswegen kann ich jetzt an dieser Stelle sagen, Tschüss, bis bald. Leider muss ich immer so ein bisschen flüsteren. Wenn ich hier laut spreche, dann kann ich hier alles überlegen. Ich kann die Aufnahme nachts machen. Das habe ich heute schon jünger als immer. Es ist 2.48 Uhr. Ich denke, die wird da Zeit kommen. Die Aufnahme zu werden. Ich muss noch ein paar Tests machen. Ich werde wahrscheinlich mal wieder einiges anfangen zu schneiden. Eine irreale Liebe. Das muss ich noch alles machen. Jetzt muss ich noch eine Funktion von den Videoschmitteprogrammen erst mal genauer angucken. Ich bin immer viel zu toll. Ich müsste auch einfach mal ein Intro beginnen. Ein relativ neutrales Intro. Das muss ich dann einfach mal auf meinem Channel. Und, ähm... Wo ist das denn? YouTube, glaube ich. Das ist YouTube. YouTube, das ist da. Auf dem Kanal. Ich habe mal die Autoprogramme aufgemacht. Wie das da funktioniert. Das hat auch ziemlich viel gehört, bis das freigeschaltet wird. Also, wenn ihr auch YouTube machen wollt, seid geduldig. Nehmt euch Zeit. Ja, das dauert immer so ein bisschen, bis das dann freigeschaltet ist. So, ähm... Der erklärt so ein bisschen was dazu. Alles klar. Okay. Dann habt euch wohl. Tschüss. Und ich muss mal die Tasse drücken. Jetzt bin ich weg. Ciao. Euer Jörg.